Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge von Dienens 3. Ja, so, nach meinem wunderschönen Urlaub. Ich weiß, dass heute Dienstag ist, doch. Sie hatte ich noch sozusagen übrig. Ich wollte gar nicht durchsehen, das war etwas zu sehen. Ähm, ja. Äh, sind wir im Haus dran. Ähm, ja. Also ich mein Urlaub sehr genossen. Es war sehr schön. Und, ja. Ich heiße euch erstmal willkommen zurück. Und freue mich über 32 Abonnenten. Ähm, so, ich überlege gerade, was denn letztes Mal das Problem war, warum wir keine kleinen süßen Welten machen konnten. Und wir sind nicht gebrochen, denn... Oh, ganz überschritten. Okay, ist ja fest. Äh, würde ich sagen, nicht... Erst auf meine Tomaten zu... ...fressen. So. Gut, dann nehmen wir jetzt mal hier los. Äh, unser Grund, äh, das denn ist bei uns, muss ich mal wieder ein bisschen mehr... ...einpegeln, würde ich sagen. Äh... Ich muss jetzt erstmal schnell schauen, ob die Alta rum aus ist. Ja, vorbereitet bestimmt geht nicht näher. Ähm, Alter rum... Oh, so, okay. So... piep piep... So, ich würd sagen, du gehst jetzt zu... Möchtest gerne Förder werden. Uh. Möchtest mit deinem romantischen Interesse nackt waren. Danke, dass ich wieder da beworben wurde. Ähm... Wieso? Äh, läuft hier. Willst du irgendwas machen? Du kannst maximal deine Schreibfähigkeit verbessern. Äh, gerade war er. Hatte ich nicht ein Handwerk gekonzen? So, ich hab sehr viele zufrieden... Zufrieden... Zufriedenheit... Moment, ich schaue es nach. Lebenszeitbelohnung, Zufriedenheit auf Lebenszeitbelohnung. Was heißt das? Ich fragte mich nicht. Ähm... Oh, könnt ihr jetzt? Macht jetzt Welpen? Wir müssen euch unbedingt mal duschen. So, wir können schauen, ob das wirklich was wird. Ja, 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 okay. Ja, wow, wow, wow. Wir folgen euch. Ähm, ich möchte wissen, ob es immer ein Tempel ist. Ja, warum nicht, ne? Was? Wut... Ah! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh... Oh, interesting... Oh, komm sie... ... gar nicht rein! Okay. Ich geb's erst mal auf. So, du hast es ja schön verdient. Das ist gut. Ist auch schon oben. Nein. Ach, das ist Mist hier mit dem Bullshit. Aber dafür kann ich nicht. Ach so, er fährt da jetzt hin. Äh, ich würde dich gern ein bisschen näher kommen. Oh, oh Gott, nein. Wir haben es verpasst. Ich hatte das noch nie. Wirklich noch nie. Angesegnet. Äh, Symptomögen ist nicht ein Stromschlag, äh, selbst, ähm, zubekommen. Vor allem, weil es, äh, weil ihr Herz stehen bleiben könnte. Bis das unangenehme Gefühl nachgelassen hat, sollte sie einen weiten Bogen umelektrisierte Sachen machen. Ich würde sagen, du gehst am besten mal duschen. Und, ja. Uh, Chat wird mir das auch geklärt. Äh, was machst du hier? Dann geht's ihm wie so schlecht. Geht doch mal nach Hause. So, jetzt gucken wir erst mal hier. Ich muss doch gar nicht nach Hause kommen. Wow, schicken, schicken, smoking. Oh, nur, dass unser Date noch nicht da ist. So, was haben wir denn hier oben? Äh, oh, wir müssen doch wieder was laden. So. Oh, Freund verloren. Ey, wir sind so blöd. Hä? Wo sind die? Und dann gehen wir nach Hause, wenn die hier nicht kommt. Hm. Tja, schade. So. Jetzt schauen wir mal zu unserer Jennifer. Äh, ja, wenn wir hier reinkommen überhaupt mal wieder. Achso. Ich möchte gerne eins hören. So. Wow, das war ein geiler Move. Habt ihr gerade wieder gesehen? Echt sehr, sehr cool. Habt ihr gesehen? Wir hatten einen Paparazzi. Oh mein Gott, wir hatten einen Paparazzi. Oh, hier, hier. Im Rantenlicht. Äh, Moment. Jetzt muss ich jetzt schnell Pause drücken und es war weg. Schade. Ich hab P nicht so schnell gefunden für Pause. Ich hab' einfach alles kaputt. Ähm. Ich hab' einfach alles kaputt. Oh, den. Können wir einfach mal ein bisschen mit dem Namen machen. Hast du jetzt gerade deinen eigenen Nerf gepinkelt? Ich such den Garten. Äh, die haben die. Ich bin begeistert. Was ist es? Ja, ist noch ein bisschen was. So, wo bist du denn hier? Vielleicht sind wir noch drin? Ist das vielleicht? Nein. Und zwar... Ach, kichak. Jetzt wieder geht's. Wie? Doch. Hast du gewöhnt, dass ich unten habe, wie es ja... Oh, wieso ist das, wie es ja... Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Äh, ich würde sagen, ist man auch schnell was. Ja, ist man auch schnell was. Äh, aber dann geht's noch nie. Wie ist das? Wie ist das denn mit dem? Nee, komm, wir lassen es nicht. Wie ist das denn dein Zimmer? Ich sag das, ne? Nee, das? Guck. Was, da hängt ein Spiegel drüber? Ja, das war deins. Ähm, was da essen? So, und... Ich muss auch vielleicht was essen und... Ah, komm, wir müssen den Timer vergessen. Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh. Ich war gerade total erst mal dran als ich kamen liebe. So, ja, man macht riesig zu heißen. Nehmen wir jetzt mal die Limiten auf und da muss ich einen drin kochstellen. Hat man vor allem irgendeinemoden frei? Ob ich nicht ... Ich habe mich nicht da, nicht nur drauf. Du hast Monsch. Du musst aber auch erst dann spät... Oh, du musst erst von 13 bis 17. Ach du auch? Du musst von 14 bis 19. Du musst aber länger arbeiten, kann das halt? Du musst von 13 bis 17 und du musst von 14 bis 19. So. Cool, yes. Warum tue ich dem negativ reagieren? Auf negativ zu reagieren. Ah, die Freundschaften. Ich hasse die Freundschaften manchmal. Ja, die sind immer ziemlich schwer aufrechtzuerhalten. Und dadurch, dass die halt auch wirklich nicht am Tag arbeiten, ist es ziemlich schwer. Dass du dann auch sozusagen daran denkst. Und, ja, das ganze nicht vergisst. Und, ja, die Bedürfnisse ich denen auch immer im Vordergrund, wenn ich weiß. So, ich würd sagen, wir sprühen mal ein bisschen, damit hier noch ein bisschen mehr passiert, als einfach nur... ...eine kochende Schöne-Farm. Weil, warum ich so komisch angesprochen habe. Aber, ja, ich hab jetzt sonst etwas schnell über irgendwie so ausgesprochen. So, ist das schnell? Äh, ich würd sagen, du tust dann noch schnell im Bad nehmen und danach kannst du dich wunderschön schlafen gehen. So, wir haben natürlich stinkende Wunde, das müssten wir echt mal ändern. Oh. Oh. Oh, Chaos denn, wir müssen mal drauf bringen. So, das übernehme ich für... ...wie ich, wo uns geht. Noin. Wir machen das. Ach so. Ach so. Du kannst das anschauen nicht. Gut. Dann geht das so nicht. Dann machen wir das so. Das ist meine alten Werte mit mir. Cool, dann. Hast du jetzt hier auch ein Stück drauf umgekaut? Wie mich einfach so... Wie soll's kauen, Mädel? Oh. Oh. Wenn ich einfach mal hier... Oh. Hier mal drauf gewissen, wo gut ist. Wie kommst du denn jetzt? Ach, sie kommen hier einkochen. Bäh. Knochen ran. Dann nimmst du den am besten. Komm, Saran. Oh Gott, nein. Du kommst da ran an diese Knochen. Bissst du das? Warum schlaft ihr denn nicht hier hin, wenn du... Klingst, das legst du auf euch gekauft. Oh, nicht liebe der Mann. Jetzt kann sie mal in mir hier schlafen gehen. Oh, jetzt ist natürlich der andere Knochen weg. Ich weiß schon. Oh, natürlich der geht... Oh, das ist so... So hell manchmal. Denk mir einfach noch. Oh, okay. Hier ist jetzt... Ähm... So gut, da ist Simon aufgestanden. Das ist schön. Gebadet werden. So. Oh, du tust ihn baden. Das ist ja schön. Gebadet werden. Ey, warum kommt das bei dir? Gebadet werden? Musst du gebadet? Hast du so eine gute Beziehung zu ihm? Ah, du musst auch... Ich glaub, das hab ich mal aufgezogen. Ich glaub, das hab ich mal aufgezogen. Hab ich nicht gesagt. Äh, wen tust du gerade waschen? Ist das Eis? Ich zeig mal. Dann suchen wir einfach den anderen Hund, dann wissen wir es. Was? Wie gut. Die Wohnung ist größer als sonst. Ah, da kannst du ihn einfach anschieben auf Nele-Baden. Ähm... Ja, du kannst noch ein Stück spielen. Ja, stimmt. Du hast jetzt hier noch Nele-Baden aus dem Maus. Dann geh doch unten auf Toilette. Mein Guter. Oh, wett'n, dass du mir zuvor in die Wohnung pinkelst. Wie immer. Hier hin fiesel, klar. Ach, das ist okay. So, äh, nein. Die anderen Reichen weiter schreiben. So. Hier Baden, Lila. Ey, warum tun das nicht? Irgendwie das? Lila bist du verpackt. Niiiice! Okay, jetzt sind schon wieder ganz schön viel Zeit. Das ist ja unbeständig schon, was könnte das sein. So. Immer hier auf Toilette. So. Und zu dann vielleicht Nele-Baden. Ne, ne nicht. Nele. Nele. Zu dann. Gehts, gehts. Vielleicht ging es nicht, weil sie gestlafen hat oder so. Also, wir machen jetzt noch ganz kurz, äh, das... wo wir gebadet wird. Und dieser Artikel fertiggestellt wird. Dann die Hundespielzeit. Äh, bezeichne ich das als Hundespielzeit. Es wird nicht gespielt, sondern es wird gebadet. Yay! Aber ich bin heute irgendwie ein bisschen fertig, obwohl ich heute nicht viel gemacht habe, muss ich sagen. Heute sind die Hundespielzeit. Besonders, ne, haben wir jetzt Ferien, ne? Und ich setze mich jetzt einfach hin, zu Hause. Und so. Und denke mir so. Ah, der ist todlangweilig. So, dann schaue ich ständig auf mein Handy. Irgendjemand schreibt wirklich niemand mit mir. Ich bin dann so richtig froh, wenn mal jemand schreibt. Und das Schlimme ist dann. Dann setze ich mich irgendwie mal an Computerspiel, irgendwie eine Stunde eingriffst. Das habe ich heute mal mit gespielt, war echt cool. Ähm. Und dann ist einfach das Problem, dass mich dann genau die Leute anschreiben. Und ich dann einfach nur so kurz halb. Ja, hm. Ja, mal schauen. Ja, okay, alles super, ne? Und ja. 61. Sechs Tantinen über 61. Zahl noch viel. Äh. Hat ein 18er Exposier mit dem Team die Arme reißen. Ich will den Chileser ins Staunen versetzen. Wuh. Schön. Also. War gar nicht so schlecht. Das folgen. Oh, oh. Briechen bezahlen. Gut, gut, dass ich das jetzt grad noch gesehen hab. Und ja. Ich würde sagen. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge von Visums 3. Und bis dann. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.